Hallo, das ist unser geiler Tourbus. Halt mal kurz. Halt mal kurz. Das Maul. Oh, guck dir nur diesen Hintern an. Jetzt fehlt nur noch so ein Aufdruck. Hallo. Hallo. Hallo Kamera. Guten Morgen. Bist du noch ein bisschen müde? Ich bin ungeschwinkt. Und müde. Mit jedem ist alles das gleiche. Du hast die besondere Liebe auf. So nett. Genau. Er ist doch auch ungeschwinkt. Er ist doch auch ungeschwinkt. Genau. Bisch, bisch. Ja, ja, ist ja okay. Auch noch ein wenig. Ist halt leider die Wahrheit. Ich filme einfach ein bisschen. Hallo, guten Abend. Möchtest du ein paar Mal am Laufen? Das ist ja alles geheimnisvoll. Die sind so langweilig. Vor allem ist es mir langweilig. Das gibt es doch nicht. Mach dich mal ein bisschen. Mach dich mal ein bisschen. Das ist auch nur eine Kammerband. Ja, sonst schaff ich das nicht. Das nehme ich aber zurück, ja. Kammerband. Mach mal ein bisschen. Ist total schön hier in Dubai, ne? Ja. Oh, da ist das Flugzeug. Oh. Nein, da. Das ist ganz schön anstrengend. Soll ich dir helfen? Ich spitte da raus. Du crazy mother... Ja, der Patrick ist ja auch da. Willkommen zu einer neuen Folge Mein Zelt, dein Zelt. Heute aus Döken. Also ich dachte wir sind bei Ab ins Beet. Ah, falsche Sendung. Wie man sieht, hier ist schon länger nichts mehr gemacht worden. Aber gleich kommt unser Handwerkerteam. Und die, die mutzen das hier mal so richtig aus. Hey! Wie glücklich sie ist. Ja, die Franschen, die kriegt San Francisco. Weißt du eigentlich, dass... Ich nerv. Du fast so heißt wie ich. Also nur fast. Ja, wenn wir heiraten würden, würde ich Fritz Fritzenschaft heißen. Wenn ich deinen Namen annehme. Dann könnten wir uns die Fritzis nennen. Jetzt buchen wir für ihre Hochzeit. Die Fritzis. Die Fritzis. Jetzt ist es schon der Gründe. Jetzt mal zurück nach Bär. Also liebe Bella, liebe Anastasia und liebe Malina. Hi. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ihr leider am Flughafen sitzt und noch nicht nach Mali kommt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr es noch schafft. Und der Frank und ich... Wir drücken die Daumen. Wie doch? Nein. Wir drücken die Daumen. Schnick, schlack, schluck. Dass ihr es doch noch schafft nach Mali. Und der Gruß kommt auf jeden Fall an. Das ist safe. Und dann... Vielen schönen Urlaub. Ciao. Wie war das? Das hast du schon. So. Und wir noch ein paar Millionen. Eins. Ist ein. Woh. Okay. Nicht mal. Das ist toll. Wie war das? 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 Was ist denn da? Was ich gleich mal beliebt. Herrliche Nescafé, what else? Ich kann nichts sehen, er schwebt weiter, füllt uns in den Grauen. Ich bin das Wahnsinn, völlig schwebt uns. 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 Es tut mir leid, Bocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Bocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Eins, zwei, drei, vier. Ein dr intimidatingtsiemend... Ihnen geht das mit dem Kühlschrank. Also, ich möchte dasę wachsen. Im 1905- zehn, vier, vier. ErÄr